Zwei Jahre, seit sie mich weggeschickt haben. Bin jetzt ein besserer Cop. Um Lego City zu retten, müsst ihr Undercover ermitteln. Komm, wir holen dir eine Uniform. Das ist perfekt, Statsky. Wirklich? Wir stellen vor, Chase McCain als Einbrecher. Astronaut Kung-Fu-Meister Ich kann Kung-Fu. Feuerwehrmann Feuerlöscher sind keine Spielzeuge. Pilot Clown Boxer Schweinezüchter Du musst meine Schweine finden. Und deshalb bin ich Polizist geworden. Außerirdischer Mumie Roboter Höhlenmensch Samurai Disco-Typ Pantomime Ex-Mensch Ich hab da so'n Gefühl, dass heute Nacht jemand versucht, die Gang zu unterwandern. Nein! Doch! Verkleidungen sind genau mein Ding. Und jetzt rettet Lego City zusammen mit einem Freund im Koop-Modus. Lego City Undercover geht mit auf Verfolgungsjagd ab 6. April.